so hallo und freunde nacht und herzlich willkommen zurück sind hier stärker zu einer neuen folge skylanders imaginators ich will immer superchargers sagen im ging superchargers viel besser von der zunge wenn ihr misst was ich meine imaginators geht auch gut von der zunge aber superchargers war irgendwie epische auszusprechen ja ich hätte da auch schon kleine und kann ich hier runter oder wird ich da wieder mal runter runter ich hatte da schon eine kleine diskussion mit dem whitey auch der den titel hier viel besser findet als superchargers ich muss ehrlich gesagt sagen ich fand superchargers eigentlich bisher cooler so aber ist egal weiter geht's pass mit diesen plattformen auf betrachte sie einfach als teil der herausforderung wohnung leider keine reserve jetpack boah also ich will immer so einen doppeltsprung machen bei den meisten spiel gibt es einen doppeltsprung wo will der hinterfragen ist hat hier im fahrstuhl aber deshalb hoch geht es hier ach du kacke ne du glaubst nicht aber das sieht schon so einer endboss aus da oder das ist jetzt eine gute frage ist das jetzt der endboss da oder nicht ich kann auch gar nicht mehr umdrehen hier und nicht dass wir jetzt hier was vergessen haben dann werde ich aber sauer nein 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 okay jetzt können wir doch wieder hierhin dann gehen wir nämlich erst da runter wenn wir wahrscheinlich jetzt doch hier weiter gehen ich weiß nicht müssen wir ansonsten beim zweiten durchgang noch mal machen schätze deine freunde und hacke auf deinen gegnern haben was ist das? komme ich da durch irgendwie? ne ich glaube da oben müssen wir den antrieb einschalten klingt logisch oder? da oben wäre noch irgendetwas gewesen und das machen wir am besten indem wir diese blöcke in position bringen um die turbinen hoch zu fahren mit den sicherungsschaltern kannst du dann das schiff schnell klar schiff machen sagt das fünfmal nacheinander technologie skylander sind hier stärker kann ich hier rüber das brauchen die alle ab so so jetzt müssen wir mal gucken okay schau ob du diese blöcke in einer linie anordnen kannst mit sicherheit kann ich das mein freund mit sicherheit okay warum komme ich denn hier nicht hoch? oh ne ne schau ob du diese blöcke in einer linie anordnen kannst ja das kriegen wir schon irgendwie den da hin so den da hin dann kommen wir wieder hoch können den da rein schubsen perfekt und jetzt weiter zu den schaltern nur hier ist nichts mehr gut dann gehen wir da hoch und hüpf ach gut und rüber tschüt Turbine läuft ich bin kein mathematiker aber ich komme auf einen rest von 1 ja ich auch wagt mal einen moment dann hüpf ich bin zu rüber ich kann ja doch so rüber laufen ich bin auf den weg laufen naja egal ziehen wir den Hebel auch noch eben ne nicht zurück zum Deck ich muss da noch mir die Kiste holen mein Freund oder ist da nur ein Burger zack ne da oben ist ne Kiste so die Kiste muss ich haben so pass auf jetzt gleich hui das war nichts so nochmal 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 auch nichts ich will die Kiste da oben haben so also der hier kommt zuerst der der und da rein nein das kann nicht sein fast nochmal boah muss ich schneller sein oder was wie bei American Ninja Mist ob ich da auf die Seite da noch drauf springen kann oder was ach das ist doch nicht wahr wenn man hier auch immer einmal warten muss dann doof doof da ist doch nicht wahr da ist doch nicht wahr vorne nach der Sini los ich ich jump and run ne ich wollte auf die Seite drauf springen warum geht das nicht das ist doch nicht wahr ich springe immer zu früh glaube ich beim letzten bis nach hinten ich will mal alles gut boah ey boah da wurde auch Zeit jetzt ey neue Säberas Lattersetten und dann habe ich da einen Rock gewinnen ich glaube das nicht aber da fühle ich mich jetzt hier schön weit am Anfang ja auch nicht schlecht so damit dieses Schiff wieder fliegen kann müssen wir es vom Hangar los machen und um es vom Hangar los zu machen musst du nur diese Schraube von der Halterung lösen dann kann ich nicht wieder zurück hier warte mal ne warte mal ich will ja ich will ja noch nicht ich will ja noch mal gucken ob ich noch mal zurück kann kann ich nicht hättchen da einer noch mal zurücklassen können ey das ist doch doof na gut dann müssen wir weitermachen schraub 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 da oben ist eine Kiste wie komme ich denn da dran da oben ist irgendwie eine Kiste wer mich zuerst angreizt wird zuerst verliebt richtig schraub 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 ach ich bin sogar Wasser in den Skyländern hab ich gar nicht gesehen guck mal Mist die Hangartore sind verschlossen was den Abflug etwas schwierig macht aber ich weiß wie wir sie aufkriegen ist zwar kein Standardvorgehen aber verzweifelte Guacamole Monstersituationen erfordern verzweifelte Maßnahmen hier haben wir noch eine Kiste über und wir haben hier noch ganz viele Nuggets neue Beine neue Beine auch fast vollständig finde ich nur noch die Arme da kommen wir nicht hoch da kommen wir nicht hoch sind ja ein Geier-Armer Skyländer sind hier stärker oh ja für dich heißt das dass du diese Geschosse in die Hauptkanone laden musst so sprengen wir die Tür auf ich hab ja gesagt dass das kein Standardvorgehen ist okay sollten wir hinkriegen wenn wir da irgendwie hochkommen natürlich heißt das wohl so sind hier so ein Fahrstuhl oder sowas da ist nix ne eventuell hier ja da ist irgendwie ein Knopf und dann geht es mal hier nach oben und dann müssen wir da mal eben die Torpedos einladen einladen und dann Hamburger oh mhm meiner mit dir oh nein was mach ich denn runtergefallen jeden Fall doch glatt heruntergefallen äh die Frage ist was sich mir stellt ah okay ich wollte gerade sagen wie krieg ich das Ding jetzt gedreht dahin ach den Rest macht er alleine guck mal bombig lade jetzt das nächste Geschoss und die Explosionen können weitergehen ja schauen wir doch mal gut aber erst holen wir uns den Schatz hier mhm Geld 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 warum hat der denn nur so wenig Cola hat der denn nicht auch schon irgendwie eine Null da falsch gesehen gerade oder was Oh nur einer Typ jetzt komm an Deck und genieße die Früchte deiner Arbeit ja das machen wir jetzt erst mal jetzt ballern wir mal rum hier Türen auf zu Skyländer falls du Ohren hast so nun das hat doch keiner funktioniert oder jetzt müssen wir nur noch alle Halterungen lösen bevor das Schiff die Segel setzen kann hier kommt der Pinguin hier kommt der Pinguin komm her ich habe diesen Kampf bereits gewonnen bevor er sich bietet Stufenaufstieg ich akzeptiere diesen Stufenaufstieg wer auch immer was gesagt hat die sind so geil die Geier Geben ist seliger denn nehmen vor allem wenn es um hier lang Hier haben wir da eine Kiste Neue Kopfbedeckung Was ist das denn? Metallkamm wie so ein Hahn oder was Nimm mal Freund bevor wir da jetzt rangehen hier ist glaube ich noch irgendwie da komm ich doch bestimmt dann Hä? Hä? Verstehe ich nicht nicht zu dumm für Muss ich ganz schnell sein oder was? Hier lang Warte mal Haa Wo bin ich denn jetzt gelandet? Die Fenster Skylander sind hier stärker Wie bin ich denn hier jetzt gelandet? Bitteschön Okay Da habe ich ja mal was gefunden hier Was sollte das denn jetzt? Okay Macht der das jetzt immer weiter oder was? Jo Sieht so aus Uiuiuiuiui Alter Schöne Rechts ist nix Ne Ne Oh nein 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 zu knapp zu knapp Da ist ein Bilderrahmen da hinten Den holen wir uns doch Den holen wir uns doch mal Wenn wir ihn kriegen Ne Ne Das wird nix So machen wir mal Wir können da ein bisschen anaufnehmen Das ist die falsche Seite Was? Das ist die falsche Seite Nicht Vielleicht gleich Ne Gucken wir mal Ich hoffe da ist jetzt die richtige Seite Ne Das ist die falsche Seite Die unten ist Hier Runter So Sehr gut Wer liegt da? Den haben wir doch gut gemacht Jetzt hier Kann ich mal so sagen Sind wir jetzt? Ach hier Okay Wieder am Hauptdeck Schelle lösen Verheirrlichkeit öffnet jede Tür Mit Ausnahme der Geschafften Was ist denn da? Hm Irgendwie nix Die Tore sind offen Die Halterungen gelöst Jetzt müssen wir nur noch zur Brücke Und das Schiff hier rausfliegen Ach ja Und ich muss wohl nicht erwähnen Dass ich immer noch gern mein Mittagessen finden würde Stufenaufstieg Es fühlt sich an Als wäre ich gewachsen Sowohl metaphorisch Als auch Ein Sensei Kann den Kampfgong schlafen Sensei sind hier stärker Das klingt echt schick Okay Möbten wir nicht sehr viel Ich will hier meine Superkraft Das Glück ist mit den Kühlen Yeah Boah Das hat sich ja mal richtig gelohnt Der Kampf Neue Arme Neue Arme Da guck ich an Können wir da rein Ne Bisschen hier hinten noch was Hier so ein Selfieplatz Äh So So schön Und dann Können wir weitermachen So Hinein Okay Skyländer Geh du jetzt zur Hauptkonsole da oben Und bring das Schiff unter Kontrolle Ich schau mal in der Kombüse vorbei Und hole mir was mir gehört Okay Skyloser Ich weiß zwar nicht Was ihr mit eurem dämlichen Schlachtschiff Erreichen wollt Aber Auf alle Fälle Beschwöre ich jetzt Den lila Doomländer Ritter des Katastismus Gedachtet wohl Ich sage Des Unheils Was Du Blender Ritterklasse Bei mir Gibt's Zahn Was gibt's Bei ihm Ich krieg dich Ich bin nur froh Dass du kein Imaginator bist Ich kann nicht dazu Wie gesagt Heiliger Kann nur in Wander Du hast ein Teil Abgeschlagen Ich sollte jetzt wohl böse sein Dass ihr Skylamos Meinen Doomländer Kaputt gemacht habt Aber das bin ich nicht Denn Ich habe noch Ein Ass im Ärmel Ha 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 Das ist mal ganz schön in mir Jetzt bist du da Skyländer Ritter Doomländer Mach diese leckerlichen Skylosers fertig Du hast etwas von der Ausrüstung abgeschlagen Ich werde hier langsam echt sauer Aber hey Der neue Chaos ist viel entspannter als der alte Und jetzt drehe ich die Muskeln Dieses Doomländer auf Maximum Ja mach das mal Ha 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 Oh ja Ich fühle halt das Brennen Ha ha Wisst ihr was diesen Kampf lustiger machen würde? Abrisskugeln Jedenfalls lustiger für mich Ha 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 Doomländer besiegt So Stufenaufstieg Ich akzeptiere diesen Ich will nicht lügen Das war ein Reinfall Aber die Besuchstunde war nur ein Vorgeschmack Eine Ablehnung vom Hauptgang Der eure ach so tollen Skylands zerstören wird Viel Spaß Damit Ha 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 Ablehnung Bis gelt Vielen Dank.